ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen markup update die us berichtssaison läuft auf hochtouren und in dieser woche werden vier große tech firmen ihre zahlen für das vierte quartal 2022 veröffentlichen welche das sind und wie die technische ausgangslage ist das wenn wir uns gleich mal genauer anschauen denn risiko und weise gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche so fangen wir mal mit einer kleinen übersicht an was steht in dieser woche an es sind vor allem vier berichte die herausstechen mit der platforms wird am mittwoch nach börsenschluss die zahlen veröffentlichen während am donnerstag nach der us-sitzung die google mutter alphabet amazon und apple dran sind was haben jetzt alle aktien langfristig gemeinsam sie erholen sich befinden sich aber noch im abwärtstrend schauen wir mal auf die charts wir sind bei meta im monatschart und das ist der letzte abwärts impuls wir haben eine gegenbewegung bei alphabet sieht das ähnlich aus wobei hier bereits die erholung etwas stärker ist allerdings ist der abwärtstrend auch hier intakt das gleiche gilt für amazon und auch für die apple aktie sowohl liegen jetzt die wichtigsten widerstände beziehungsweise wo würde sich entscheiden ob es einen aufwärtstrend gibt wenn wir mal ein bisschen konkreter ich würde mich vor allem auf die schlusskurse konzentrieren also auf monatsbasis wir sind bei meta in einem bereich von 164 bis 65 65 dollar bei alphabet ist der widerstand bei knapp 100 dollar entscheidend bei amazon haben wir eine widerstandsmarke bei knapp 136 dollar und bei apple liegt eine wichtige hürde im bereich der 153 dollar stellen wir jetzt noch ein kleines ranking auf wer hat die besten chancen auf eine trendumkehr platz eins für mich geht an alphabet da die aktie am nächsten an den widerstand dran ist platz zwei teilen sich meter und auch apple da die jüngsten erholungen wirklich sehr stark waren einmal hier meter und noch einmal apple es gibt aber eben noch einiges aufzuholen wo es aber am meisten aufzuholen gibt dass es eben bei amazon und deswegen platz drei geht eben hier an die amazon aktie da ist der abstand eben noch bis zum nächsten wichtigen widerstand sehr sehr groß und in prozent ausgerechnet sind das noch knapp 30 prozent mehr analysen gibt es in meinem video von heute morgen den link finden sie wie immer unten in der beschreibung wünsche einen viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal